Es könnte ein richtig gutes Storchenjahr werden in der Wesermarsch. Der Auftakt jedenfalls macht Mut. Bemerkenswert viele Weißstörche seien aus ihren afrikanischen Winterquartieren zurückgekehrt, hat Udo Hilfers beobachtet. In der Wesermarsch haben sie sogleich mit Nestbau und Brutgeschäft begonnen. Hilfers leitet die Storchenpflegestation in Berne. Neben der Pflege verletzter Vögel und der Aufzucht verweister Jungtiere gehört auch die Sammlung von Daten für die staatliche Vogelschutzwarte zu seinen Aufgaben. Die Storchenpflegestation in Berne-Grüsing ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu finden ist sie, wie sollte es anders sein, im Storchenweg 6.